Ich bin Joscha, 27 Jahre, komme aus Köln und studiere Umweltingenieurwissenschaften an der RWTH Aachen. Projektleiter für studentisches Engagement im AStA. Der AStA ist der allgemeine Studierendenausschuss und setzt sich für unterschiedliche Belange, wie zum Beispiel Soziales, die Lehre und Rechtsfragen der Studierenden ein. Wir veranstalten am 21. Mai, also nächste Woche Dienstag, den Tag der studentischen Initiativen und Vereine, kurz TDSI. Da stellt sich das gesamte und sehr vielfältige Engagement an der RWTH Aachen vor. Und es ist die beste Möglichkeit, einen Überblick quer durch die unterschiedlichsten Bereiche des studentischen Engagements zu bekommen, vielleicht die passende Initiative für euch zu finden und vor allem eine Idee davon zu bekommen, was alles neben dem Rheinstudium noch möglich ist in Aachen.